Eins, Zwei, Drei Moin Mädchen Moin Jungs Herzlich Willkommen zu einer neuen Kallikus Scheißi Heute wieder Hot Wheels Ja, genau Wir spielen heute wieder Secret Maver Hallo Ich bin der Sibi Ich bin cool Ich bin der Heno Meine Lieblingskonsole Ist der Gamecube Und ich spiele Am liebsten auf der Konsole Days of Recording 2 Mit dem Undertaker Ich bin früh popotär und halte es mit denen kaum aus Du bist popotär? Spielprinzip, wir sind fünf Kinder Einer von uns ist der Nachbar Muss die Kinder verdreschen Und die Kinder müssen in den Keller kommen Schlüssel finden, Schnüsser knacken, Ehre in den Arsch Händchen klein So In die Weitere In den Popo rein Voila Ahmed So Habt ihr schon was gefunden? Oh nein, die Karte ist nicht hier drin Oh, normalerweise war die da doch Ich hab Durchfall Nicht schon wieder Oh, ich hab ne Karte gefunden Nein Ich hab sie gefunden Oh Was ist da passiert? Ich hab euch schnell gemacht Okay, ich mach die Tür auf Oh, du hast schon wieder deine geile Gitarre Alter geiler Rübser, Digga Danke Diggi Danke Diggi Hab auch geübt, richtig lange Hallo 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 Oh Gott Ist ja ein bisschen schreckhaft, der Kalle Ich hab ne Karte, die Nummer 2 Ja, hier Aua Mach die auf Undermal 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 Los, brate mich Ich bin Brathähnchen, Hanno Okay, mach mal an den Ofen Oh, du kannst auch reingehen Ich nehm mal hier einen Snickers Wuhuuu Ich will in den Ofen Ich will in den Ofen Was kann man mit dem Hammer machen, Gnu? Oh, ich hab neun Snickers Äh, deinen Kindern den Schenleinschlag Bist du dir der Nachbar, Gnu? Ja So, Papu, wie kommt man nochmal nach außen? Du musst rausgehen, da wo die Tür nach draußen zeigt Aua Du hast mich abgeschossen mit dem Eimer Alter, cooler Sound, Hanno Das war ich nicht Au So Ich geh jetzt hoch Oh, da hat jemand geschrien So, dann gehen wir jetzt hier weiter Leute, alles gut? Ich weiß es nicht Hallo? 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 Ich hab außerdem mein Snickers schon gegessen Schnell hier hoch Nein! Nein! Ich hatte gerade einen Schlüssel! Wer ist es? Wer ist es? Ich weiß es nicht! Es war nicht... Oh, das kann auch Papu gewesen sein Oder Stärzi Ja! Sehr gut, Freunde! Okay, wir müssen noch ein bisschen weiter gucken Wo ist es denn? Ich bin bereit Unnormal So, Leute, jetzt bin ich erwachsen Endo, bist du der Böse? Ja! Oder hast du schon alle getötet? Ja! Ich hab Angst, Freunde Ich hab Angst, Freunde Lass gern ein Like da, weil ich Angst hab Und... Ich hab Angst, ich hab Angst, du bist ja nicht Halt den Schlüssel, ne? Ich weiß ja nicht, wie viele Leute noch leben. Hm. Freunde, wo seid ihr? Jetzt aber schnell. Ah, nein! Wieso ich? Weil alle anderen tot sind. Ach so, war ich der Letzte? Ja. Ja. Ich hör dich so, scheiße, wie komm ich jetzt hier wieder raus? Ich hab das Gefühl, man hat echt wenig Counterplay gegen den Nachbarn. Nee, ich hatte die ganze Zeit so ein Gewehrnach. Ich wusste noch nicht... What? Jaja, ich hab so ein Gewehr gefunden mit so einem Schuss. Das war wahrscheinlich so eine Spritzpistole oder sowas. Also... Nice gemacht. Und das Ding ist halt, man kann halt mit Gegenständen auf den werfen. Dann ist der halt kurz so beömmelt. Also wir hatten ja vorhin auch die Sache, dass Sterzig schon gefangen war. Und da müsste irgendwas auf den werfen einfach, glaub ich. Und dann ist der kurz so gestunt und dann kann der andere fliehen. Also es geht schon. Es dauert ja auch ne Weile, bis deine Seele einverleibt ist. Ja. Ich würd schnell noch ne Runde starten, weil das war jetzt ne ganz kurze. Na klar. Ja, auf jeden Fall. Ich glaub, der isst Kinder. Ja. Alter, ich hab euch so weg einen verleibt. Das war so cool. Äh, voll cool. Mann, Mann, Kindermarmelade. So. So. Okay, weiter geht's. Eine weitere Runde Kinderabschlachten. Ja. Hier kommt auch manchmal Kindermarmelade raus. Man sieht gar nicht, wer der Nachbar ist, ne? Wenn der Name, also wenn man Nachbar ist, dann ist der Name weg, oder? Nein. Nein. Deine Mama ist der Name. Nein? Nein. Oder? Wenn man sich verwandelt, weil keiner von euch hat meinen Namen gesagt. Also. Doch, aber man kann ja nicht mehr reden, wenn du, wenn man tot ist. Wie ist denn das jetzt, also? Wieso kann man durch den Keller auch entkommen? Ich, ich sammle immer so viel Schlüssel und dann... Ich hab die blauen... Hier, hier, für die Tür, hier. Ich sammle immer so viel Schlüssel, aber ihr kommt ja auch manchmal durch den Keller. Wie mach ich denn das? Also du musst halt die Schlüssel zu der anderen Tür bringen und da sind ja ganz viele Schlösser dran. Und wenn wir alle Schlösser aufhaben, dann können wir durch die Kellertür entkommen, weil dann haben wir das Geheimnis gelüftet quasi, was der böse Nachbar quasi vor uns verheimlicht. Das hat ja Max von nochmal versucht zu erklären, glaub ich. So. Papo, bist du der Böse? Hä? Du bist es, ne? Ich bin's. Ich bin es einfach. Ich möchte mal die... Nimm die Zwille lieber einen Anschlag. Bist du jetzt raus? Ich glaub, ich hab's gleich hier. Ist erstmal die zwei, aber... Papo ist oben, oder? Papo war sass. Papo ist sass. Halt Maul. Ist so. Hier, hier. Wieso soll ich meinen Maul halten? Ja, hier geht's raus aus. Hier, 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 hier. Hier, 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 hier. Hier ist die Eins. Ah. Ich komm mit. Aber ich hab noch ne Eins. Die hab ich gefunden. Noch ne Eins. Hier ist ein Hebel, den kann man nicht betätigen. Zack. Hallo. Oh nein, wer bist du denn? Nicht du. Ist er das? Ich werf ihn mal ab. Aua. Schnell, schnell weg. Mit der Sicherheitskamera. Ja? Find's nicht, Leute. Ja, ja. Wo ist eigentlich Gnu? Hast du sie schon gefressen? Wieso wirfst du die ganze Zeit Sachen nach mir? Hier ist Gnu. Hier vorne war Gnu. Hier geöffnet. Oh. Hier ist ne Karte. Ne Dreier. Ne Dreier. Was ist das? Oh. Wo kann die... Oh, einer hat nen Schlüssel schon reingesteckt. Das ist immer, dass der Schlüssel reingesteckt wird. Reingesteckt, Gnu. Reingesteckt. Oh, hier. Reingesteckt. Gnu, komm. Ich war traurig. Ich war traurig. Gnu, komm. Oh. Sorry, dass ich dich eben gefressen hab. Sorry. Sorry, dass ich dich eben gefressen hab. Ich brauch jemand, der mit mir mitkommt, wenn ich tot bin. Ist es Stärzi. Ein bisschen Angst vor euch. Ganz viele Coins und Snickers. Oh, Stärzi ist es! Es ist Gnu. Es ist... Es ist... Achso, dann ist es Gnu. Es ist Gnu. Es ist Gnu. Safe. Die ist im Keller. Die ist im Keller. Die ist im Keller. Okay, okay, okay. Okay, 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 okay. Ich kann doch hier bestimmt... Ja. Es ist Gnu. Gnu. Ja. Aber wo ist sie? Oh. Weißt du, wo die Tür ist? Mit den Schlüsseln? Ja, ja. Hier hinten. Es hinter mir, glaube ich. Ja, es ist ein Clown. Und ich mag keine Clowns. Häss. Äh... Ach... Ach, ja, ich habe gesagt. Ah, Junge! Ah, Junge! Nein, 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 nein! Ich habe sie abgeschossen! Die Bretze! Jetzt ist aber richtig Rampage hier jetzt. Komm her! Komm her! Mein kleines Pin! Schlafen! Scheiße! Warum? Das war zwar leider jemand, der... Schterzig! Was passiert? Also der Stuhl... Diesen Stuhl. Kann sie sich immer was aussuchen? Was sie sein will? Guck mal, sie ist jetzt wieder das Gurkenglas. Aber ich hab das Gefühl, es bringt nichts. Das hat als Gurkenglas einfach diese Türen auf. Mann, ich hatte den Schlüssel, ich wusste nicht, wo die Tür ist. Schlazig, bist du noch da? Rede doch mal mit mir! Ja, ich bin noch da! Ich nehm mir grad ein YouTube-Video auf! Kannst du mal mit mir reden? Ja, ist ja gut. Ich guck da grad Spankespan zu! Ja, siehst du ein Gurkenglas, Digga? Der hat einen Volleyball... Nee, warte mal, so ein Tennisball in der Hand. Oh, lol! Oh mein Gott! Hä? Aber er bleibt einfach cool, ne? Es ist ihm egal. Ja, ja. Es ist ihm einfach egal. Warum ist denn der eigentlich der Nachbar so ein Clown? Das verstehe ich nicht. Das ist doch heilig auch nicht. Stell dir mal vor, du wohnst so ein Clown bei dir nebenan. Weißt du, was ich mein? Ja, vor allem einer, der sich so verwandelt und deine Seele einverleiht und dich in eine Puppe verwandelt. Das ist auch nicht so geil. Magst du mir Jahren? Ja. Ja, wobei... Ich geh jetzt in den Keller. Die Tür geht langsam auf. Oder? Ich brauch' die Dreierkarte. Ich hab' ne Zweierkarte. Oh Mann, die muss ich jetzt doch nicht halten. Ich steckte dir ins Poloch. Was? Poloch? Er hat Pol-Poloch gesagt. Voll frech. Also sie hat aber auch... Wie sie mich gerade gekriegt hat, das war auch wieder nix. Das ist lavish shit. Ich glaub' die einfach weiterlaufen sollen. Kommt schon, Jungs. Kommt schon, Papa Belle. Oh-oh. 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 Was passiert? Ihr habt sie gesehen. Er hat sie einfach abgeworfen mit so nem Dings und sie verwandelt sich einfach nicht. Suche, wandel dich doch. Ja, aber sie ist schneller so, glaub' ich. Ja, aber sie stand eben als Kind vor ihm. Er hatte keine Chance wegzukommen eigentlich. Jetzt brauchen wir jetzt nur einen Schlüssel. Max hat ihn bestimmt gleich schon. Eieiei. Eieiei. Fierig. Oh, Hanno hat's gleich. Hanno hat's gleich. Hanno hat's gleich. Papo rennt noch weg. Ich habe ein kleiner Fehler, Papa. Hinter der Tür. Oh mein Gott. Ja? Gnur hat sich verwandelt. Niii. Niii. Oh, jetzt hat's ihn. Jetzt hat's ihn. Ja, jetzt hat's ihn. Alter. Wie das aussieht. Allein ist es... Das Bild ist einfach so nice. Ja. Wie das aussieht. Sie schreit so richtig rum. E3, Hanno. Alter, dieser Nachbar ist so hässlich. Guck ihn dir mal an. Das Gesicht. Also, für die Zuschauer, die hören uns grad nicht mehr, stellen zugegeben, ich kenne jetzt quasi separat von den Talken. Achso, ja, ja. Nicht, dass ihr euch wundert. Wir sind beide in so einem Seelengefängnis. Genau, Digga. Und deswegen können wir jetzt hier so ein bisschen darüber reden, was hier passiert. Die brauchen nur noch einen Schlüssel. Die können das auch casten, quasi. Die können das kommentieren. Weißt nicht, ob du sowas schon mal gemacht hast? Es läuft halt so... Einer beschreibt halt immer, wie schön Dinge sind. Also, das ist der Color Caster. Und einer ist halt so der Play-by-Play-Caster, der dann immer sagt, was gerade Intenses passiert. Das heißt, einer brüllt rum, das würde ich jetzt mal übernehmen, und du bist halt der, der es umschmückt. Also, wir müssen jetzt so Sachen sagen, wie... Ja, wir müssen immer den Gleichen angucken. Wir müssen uns entscheiden, wen wir nehmen. Ja, okay, ich guck jetzt Papo zu. Okay. Genau. Ja. Schön, wie er sich jetzt hier durchschleicht. Hat er jetzt hier die Milch in der Hand, ne? Normal belohnt. Jetzt aufpassen. Ja, das ist tatsächlich auch ein sehr taktischer Move. Die Milch sollen nämlich gewisse Fähigkeiten haben. Sowas wie den Boden glippen zu machen, sodass der Nachbar hinfällt. Das ist ein sehr... Absolut. Jetzt wurde der Schlüssel gezeigt. Das heißt, wir müssen jetzt aufpassen. Das letzte Schloss wurde gerade geöffnet. Es hat genug selber gemacht. Das ist natürlich... Das ist jetzt ein smarter Move. Henno, kommt jetzt vorbei. Wird ihr es jetzt schaffen? Sieht ihr das Ganze? Er sieht den Pferd selbst und er springt einfach durch. Wahnsinn! Wahnsinn! Der hat sich selber einfach nur getrickt. Kalle, Kalle, Kalle. Papu sitzt oben und schaut sich die Situation von oben an. Ja, ja, ja. Der muss noch rein, Kalle. Der muss noch durch. Der muss noch rein. Er hat nur noch 30 Sekunden. Wird er das Ganze schaffen? Das ist jetzt... Ey, ich hab sie so gefickt. Ja, sei mal still. Der wird jetzt hier natürlich... Wir casten das gerade. Wir casten hier dieses nice Game gerade. Papu muss jetzt hier in 20 Sekunden natürlich noch schaffen, hier irgendwie durchzukommen. Und das ist natürlich... Das ist natürlich schwierig. Denn er weiß, dass Gnu genau dort steht, wo die Tür offen ist. Absolut. Ja. So, jetzt steht sie da. Und jetzt muss er aufpassen! Schön daneben gegrappt! Und da kommt er durch! Da kommt er durch! Da ist das Ding! Da ist das Ding! Und... Ah! Alter! Ja! Hä? Aber warum hast du die Tür aufgemacht, Gnu? Hammer! Weil ich dachte, so krieg ich die! Ah! Das wäre witzig gewesen, hättest du ihn noch geholt! Der Fernseher hatte aber einen schönen Schnurrball! Ah! Scheiße! Das muss er denn jetzt nicht jetzt! Ah! Wir haben das alles live kommentiert! Das war nice! Das war ziemlich nice! Ah! War ein kleines Casting! Ja! Wie hab ich mich geschlagen, Kalle? War ganz gut! War gut! Also vielleicht können wir es nochmal wiederholen, wenn wir nochmal in so eine Situation geraten. Ansonsten war es das erstmal mit dieser Woche Sülze! Es hat auf jeden Fall Potenzial, dass wir nächste Woche nochmal reinschauen. Gucken wir mal! Ansonsten schaut gerne bei den anderen vorbei! Monach geht es weiter beim Hanno! Adieu Monsieur Schüsikowski! Lasst Abos da! Ehre in den Ass! Ehre in den Ass! Tschüss! Böse! 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 Böse!